Das kann richtig nach hinten losgehen. Ein Messer. Ja, der hat hier so einiges rumliegen. Das ist echt riskant. Schokoriegel. Eine Hi-Fi-Anlage. Und ein verdächtiger kleiner Plastikbeutel im Regal. Ihhh. Ihhh. Auweia. Wahrscheinlich beides. Hab ich jetzt keinerlei Hinweise irgendeiner Art gefunden hier? Leitfaden zum Handel im Web für Noobs. Der Lüftungsschacht sieht... ...verdächtig aus. Tja, wenn Frank nicht so ein Arschloch wäre, wäre er vielleicht ganz nett. Ist das richtige Werkzeug vielleicht das Messer auf der Pizza? Wir müssen ihm den Schlüssel irgendwie auch wieder zuspielen dann, ne? Oder belassen wir es dabei? Behalten wir den Schlüssel? Das halte ich nämlich für extremst riskant dann. Ja, das Messer. Mit dem Baseballschläger können wir nichts machen. Es ist tatsächlich das Messer, was wir nutzen müssen. Das ist fast so gut als ein Set der Schlüssel. Ich kann nicht glauben, dass er einen Kuller und eine Maske verwendet. Du bist dumm. Meine Blade wird irgendein Portal öffnen. Wir können wahrscheinlich nur... Ich wollte gerade sagen, wir können wahrscheinlich nur eins öffnen. Okay, wir machen das andere auch da... Ich kann das andere nicht mehr öffnen. Okay, dann drehen wir mal die Zeit zurück. Wenn ich mich nur für eins entscheiden kann, will ich erst mal gucken, was hinter Tür Nummer zwei ist. Geht doch ruhig weiter. Ah. Das macht ja nichts. Das kann man wieder herstellen. So. Gut, dann wissen wir, dass wir uns von Anfang an... ...für den richtigen Lüftungsschacht entschieden haben. Aber es ist trotzdem gut zu wissen. Was man weiß, macht uns nicht heiß. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt. Oh Mann. Rachel und Franks Hund. Pompidou. Der Hund heißt Pompidou. Finde ich gut. Ich finde das gut. Es waren Franzose, Pompidou. In Paris ist sogar... ...ein Platz nach dem benannt. Ich weiß nicht, ob ich mich bemerkt oder bemerkt sollte. Frankie B. Hoffe, du liest das morgens als erstes. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen. Und am armen Pompidou. In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus Arcadia Bay raus. Ich danke Gott für dich. Du bist eines der besten Dinge, die ich ihr habe. Und der Gedanke an uns zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren. Liebe dich auf ewig, Rachel Ambers. Autsch. Zum Beispiel, dass sie die gleiche Unterwäsche hat wie Chloe? Frank, was du getan hast, war uncool. Und schieb's nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht. Und ich dachte, du kommst nie wieder runter. So habe ich dich noch nie gesehen. Und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin Löwe und wir sehen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir. Uns. Also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. Rachel Ambers. Okay. Chloe, reicht dir das? That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love butters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed. You bail on me for years. My mother gloms on the step fucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit. You totally defended step stalker. Fuck everybody. Chloe! Huh? Fällt ihm gar nicht auf, dass sein Hund auf dem Parkplatz rumbellt? Auf jeden Fall hat er gesehen, dass wir da waren. Das ist nicht gut. Wir hätten vielleicht nicht direkt auf dem Parkplatz parken sollen. Das stimmt. Es ist niemandem's fault. Blah, 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 as Mr. Jefferson would say. Und Kate Marsh... Ja, Kate Marsh almost killed herself. Such sad, okay? That doesn't make me feel any better about my fucked up life. Get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this? But you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Oh man. Ich bin nicht Teil unseres Lebens und ich, äh, da muss ich jetzt durch. Hey, die Nachricht ist weg. Manchmal muss man die Leute halt vor sich selbst bewahren. Was war das denn? Reißt sie jetzt wirklich zurück? Kann sie mithilfe des Fotos die Zeit jetzt bis zu dem Tag zurückdrehen? Ich will nicht wissen, was das für Konsequenzen haben wird. Jetzt wird's richtig krass, Leute. Ich weiß nicht genau, was ich hier mache, aber anscheinend, äh, hab ich's gerade richtig gemacht. Ho-ly-shit! Wir haben's wirklich getan. Oh, shit. Ja, aber die Cornflakes stehen immer noch an genau der gleichen Stelle. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Das kann ja was werden. Magazin, Tween Life, Rollerskater Fieber, Girl Gamers, Hinterweldler Chick, Dubstep. Uuuuup. That's true. So, how many eggs? Don't you? I know I've seen those pictures before. Me and Daddy. Oh. Question the chef. Right. Like you're the real cook here. Oh, Misty. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Chloe was so into manga. Nice hair. Manga. Ah, wie auch immer. I know they never took that big vacation. Vielleicht kriegen sie ja jetzt die Chance, obwohl die Frage natürlich ist. Oh yeah, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Der Anruf, der alles ändert wird. Wir drehen mal ein bisschen zurück, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, uns hier umzusehen. Papa, danke für den Tagesausflug zum Leuchtturm. Ich habe dir eine Zeichnung als Erinnerung gemacht. Kuss Chloe. Der Leuchtturm. Immer wieder der Leuchtturm. Oh, hier kommen wir nicht raus. Cool. Cool. Chloe is just so damn happy and carefree. I love William, like he was in my own family. I won't. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Das wird Konsequenzen haben. Ja, ich muss mal kurz ans Telefon. Moment. Äh, beziehungsweise ich. Lass die Uhr noch ein bisschen zurückspulen, weil hier hängt noch eine Notiz. Die will ich mir noch angucken. Joyce loves William so much. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Two Whales Waffeln in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Ehegattin. Tja, die Frage ist, wie können wir das verhindern jetzt? Hallo. Hey, Honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She does have many bags of delicious grub for us to feast upon. Können wir mit ihm reden? Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys please. Schlüssel, Schlüssel. Wo sind die Schlüssel? Wenn er die Schlüssel gefunden hat, können wir ihm die Schlüssel abnehmen, um zu verhindern, dass er wegfährt. Aha, you can't hide from me forever. Das wird auch nicht nötig sein. So, ich spule mal so weit zurück, dass er nicht sieht, wie wir uns die Schlüssel da holen. So, da kann er gerne telefonieren. Wo sind die Schlüssel? Ich spiele mal. Es gibt keinen Grund für ihn da reinzugucken. Mal gucken, ob das funktioniert. Und vor allem, wenn das wirklich funktioniert, das verändert ja alles. Das verändert Chloes komplettes Leben. So einfach ist es also nicht. Wir spulen zurück. Die Schlüssel müssen also woanders hin. So, da haben wir gerade das Foto gemacht, oder? Ach, nee, ich habe die Schlüssel schon versteckt gerade, oder? So, wir brauchen mehr Zeit. Das Foto lassen wir mal da. Okay. Können wir die aus dem Fenster schmeißen? Zack. Weil jetzt können sie nicht piepen, ne? Haha. Hm. Ich weiß, dass ich die Schlüssel gerade hier hatte. Ich weiß es. Obwohl ich... Ich vergesst alles über dich, little buddy. Lass die Schlüssel! Obwohl ich das alles hier... Natürlich. Das letzte Mal, dass ich von Spy Guy Elektronik ausmeldet habe. Du kannst den Bus, oder? Der Stopp ist gerade nach der Straße. Für die beste Idee halte. Das kann ich das. Gut, Max. Oh ja, der Bus ist großartig. Es kommt jedes 15 Minuten. Ich habe so ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich bin mir fast sicher, das wird so unglaublich. Ich kann hier nach hinten losgehen. Chloe alleine. Chloe mit Papa. Und was ist mit David? Ist der jetzt noch verbitterter? Und wie... ...hat das Ganze jetzt Chloe verändert? Ich bin echt gespannt, aber ich habe gleichzeitig auch... Wie gesagt, ich habe ein richtig mieses Gefühl bei der Sache. Butterfly-Effekt, Donnie Darko. Wir kennen diese Art von Geschichten. Sowas... ...geht nie gut. Was zur Hölle? ...hit die girls party and smoke and peace pipe? Ich denke, Max ist high. Sie ist acting so weird. Du cool, Max? Nobody listened, wenn ich gesagt, wir sollten sie in der Vortex. Courtney, du willst nicht jemanden in der Club. Like, whatever, bitch. Warren. Er hat mit Stella? Es war doch klar, dass das alles verändern würde, oder? Okay. Boah, jetzt hat man diese Welt gerade kennengelernt und jetzt ist auf einmal alles anders? Krass. Vor allem, wenn sie das weiter durchziehen. Wenn wir in dieser Zeitlinie bleiben, statt alles wieder rückgängig zu machen. Irgendwas kommt doch noch. Diese Episode endet nicht einfach so. Da muss noch irgendein... Irgendwas muss noch kommen. Irgendein Hammer. Über den wir dann auf Fortsetzung voll gehen. Die Frage ist, äh... Was ist jetzt noch aktuell von dem, was wir wissen und was stimmt nicht mehr? Ist Rachel Amber immer noch verschwunden? Oder haben wir dadurch, dass wir William gerettet haben, jetzt auch Rachel gerettet? Und wenn dem so ist, kehren wir irgendwann wieder in die originale Zeitlinie zurück? Können wir die Geheimnisse noch aufklären? Werden wir noch erfahren, was mit Rachel passiert ist? Oder hat sich das im Prinzip erledigt? Und sämtliche Arbeit, die wir geleistet haben. Ja, dass wir uns für David eingesetzt haben. Alles für die Katz, weil wir alles verändert haben. Wenn es denn verändert bleibt. Die Tiere sterben auf jeden Fall immer noch. Jetzt sind wir schon bei Wahlen. Etwas richtig, richtig Abgefucktes geht hier vor. Und das ist noch lange nicht vorbei. Und das ist noch lange nicht vorbei. Und das ist noch lange nicht vorbei. Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe, you have a visitor. Ach du Scheiße. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020